So ein Linux-Desktop sieht gleich viel schöner aus, wenn alle Farben zueinander passen. Deshalb gibt es ja auch Themes, bei denen sich Leute viel Arbeit gemacht haben, alle Elemente aufeinander abzustimmen. Und natürlich gibt es Tools, die beim Verschönern des Desktops helfen. Eins davon ist zum Beispiel PyWall. Das kann die Farben im Terminalfenster perfekt auf ein Hintergrundbild abstimmen. Leider ist PyWall auch eins der Beispiele, wo sich Entwickler nach Jahren der Arbeit zurückziehen und sich niemand findet, der das Projekt weiter vorantreibt. Seit April 2024 ist das GitHub-Repository archiviert. Das letzte Update stammt von 2019. Noch funktioniert die Software allerdings. PyWall generiert eine Farbpalette, passend zu einem vorgegebenen Hintergrundbild. Eigentlich sollte das Tool das Bild auch gleich als Desktop-Hintergrund setzen. Bei mir funktioniert das allerdings nicht. Unter Arch Linux und Manjaro installiere ich PyWall mit Pac-Man oder Parmak aus den Paketquellen. Da die Software aber schon so alt ist und bei mir zumindest einige Fehlermeldungen auswirft, habe ich stattdessen einen Fork aus dem AOR installiert, und zwar Python PyWall 16. Auch das geht unter Manjaro mit Parmak. Ansonsten erledigt das unter Arch Linux zumindest ein AOR-Wrapper wie Yay. Wer eine andere Distribution nutzt, kann entweder in den Paketquellen nachsehen, das Tool mit PIP installieren oder den Quellcode von der GitHub-Seite selbst kompilieren. Genaueres steht auf der GitHub-Seite, den Link packe ich euch unten in die Beschreibung. PyWall funktioniert nicht mit jedem Terminal-Programm. Ob es geht, verrät ein Befehl, den ich am besten ins Terminal kopiere. Ihr findet ihn ebenfalls unten in der Beschreibung. Ich habe es hier zum Beispiel mit dem XFCE4-Terminal und Blackbox ausprobiert. Wenn ich den Befehl eingebe und der Terminal-Hintergrund rot wird, ist alles gut und ich kann PyWall damit nutzen. Dann kann es losgehen. Um eine Farbpalette passend zu einem Bild zu generieren, rufe ich das Programm mit dem Befehl Wahl auf und gebe ihm dabei den Pfad sowie den Namen eines Bildes mit. Ich habe hier einen Ordner mit Hintergrundbildern, die ich gleich mal ausprobiere. Eigentlich sollte PyWall das Bild dann auch als Hintergrund setzen, doch das funktioniert bei mir leider nicht. Ich mache es also von Hand. Hier auf dem XFCE-Desktop heißt das, Rechtsklick auf den Desktop, Schreibtischeinstellungen aufrufen, das Verzeichnis unten auswählen, aufs gewünschte Bild klicken und das Fenster wieder schließen. Die neuen Farbeinstellungen fürs Terminal gelten aber erstmal nur für dieses geöffnete Fenster. Damit auch neue Fenster es nutzen, muss ich die Konfiguration meiner Shell anpassen. Bei vielen Distributionen ist das die Bash, also muss ich die Bash-RC anpassen. Da ich unter Manjaro aber die ZSH statt der Bash nutze, muss ich stattdessen die Datei ZSH-RC verändern. Beide Dateien haben einen vorangestellten Punkt. Die Konfigurationsdatei öffne ich zum Beispiel mit Nano im Terminal oder einfach mit einem grafischen Texteditor wie gedit oder Mauspad und scrolle dann erstmal bis ans Ende. In eine neue Zeile schreibe ich mit vorangestellten Doppelkreuz einen Kommentar, damit ich später noch weiß, wo das überhaupt herkommt. Dann ergänze ich eine weitere Zeile mit einem Cut-Befehl, der die zuletzt verwendete Farbkombination aus dem Cash ausliest. Die von PyWall generierten Farbpaletten liegen im Home-Verzeichnis im Cash und lassen sich auch noch für die Konfiguration weiterer Desktop-Elemente nutzen. Ich will es hier aber erstmal beim Terminal belassen. Welche Tools nutzt ihr, um euren Linux-Desktop anzupassen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal!